Willkommen hier wieder zurück zu Harvestella. So, wir haben beim letzten Mal Herrn Koko, ja, gehen lassen, aber irgendwas Böses soll in der Luft liegen und Rackam müssen wir auch noch helfen. Naja, schauen wir es mal. Hast du ihn gut verabschiedet? Ja, Gott sei Dank. Das ist schön. Es tut mir allerdings schon leid, einen solchen guten Mitarbeiter gehen zu lassen. Zumindest sollte es das Gerücht aus der Welt schaffen und wir können wieder zur Normalität zurückkehren. Wo das Zimmer repariert? Ja, mit Herrn Koko. Es ist so gut wie neu. Nun, da Herr Koko fort ist, werde ich doppelt so hart für uns beide arbeiten. Haha, ich weiß, ich kann dir damit vertrauen, die Zimmer immer schön sauber zu halten. Natürlich können sie das. Oh, ups, ich habe total vergessen, Herrn Koko's Zimmer sauber zu machen. Oh nein, bitte mach es sauber, bevor den Leuten das nächste verrückte Gerücht in den Sinn kommt. Als nächstes sagen sie noch, ein Gnom würde dort übernachten. Ja, mein Herr. Okay. Kono Goron. Sind die Menschen jetzt weg? Ja, ich glaube, wir sind sie losgeworden. Dann erzähl uns bitte, was du herausgefunden hast. Kona. Du kannst jetzt mit der Scharade aufhören. Sprich nochmal. Tut mir leid, ich habe mich zu sehr daran gewöhnt. Alle unsere Spione enden so. Irgendwann sprechen sie nur noch, Kauderwelsch. Danke, dass du dieses Opfer für uns gebracht hast. Also, konntest du die Information besorgen? Ja. Du hast diese Menschen wirklich getäuscht. Sie haben nichts geahnt. Gute Arbeit. Ich habe reichliche Informationen über das Gasthaus gesammelt. Ich werde dir vollen Bericht erstatten, sobald wir zu Hause angekommen sind. In Ordnung. Dann können wir unseren Plan endlich ausführen. Ganz recht. Wir besitzen bereits das Monopol auf den Viehhandel. Als nächstes übernehmen wir das Gaststättengewerbe. Jawohl. Kona, Kona. Ah ja. Hm. Okay, Glitzerpulver. Das ist schön, dass wir hier ein paar Sachen erhalten haben. So, dann jetzt ab, ähm, nach draußen. Und Bracker auf der Insel treffen. Auf der Insel. Eine kleine Siedlung. Da ist sie doch. Endlich ist sie für uns verfügbar. Hier scheint niemand zu sein. Komme ich zu spät? Am besten, ich suche erstmal in der Gegend nach Dorfbewohnern. Raka. Kruppel, was zur Hölle machst du hier? Du hast da eine Karte zurückgelassen. Verstehe. Bist du hier, um Halleldentaten zu vollbringen, was? Dachtest, ich werfe mein Leben weg, hä? Und du wirst auch nicht auf mich hören, wenn ich hier sage, dass du gehen sollst. Ich dachte, ich hätte gehört, wie jemand am Eingang Lärm macht. Wer seid ihr zwei? Und was macht ihr hier? Wir suchen nach Amadeus. Nimm diesen Namen nicht einfach so in den Mund. Und wenn er es mitbekommt, haut er doch ab. Amadeus? Sagt bloß, ihr seid dem alten Professor Amadeus befreundet. Was? Professor? Aber ich muss euch leider enttäuschen. Der Professor ist nämlich... Wo ist der? Sagt mir sofort. Also, wenn ihr weiter reingeht, dann... Jetzt wartet doch mal. Was ist denn mit dem los? Er hat einiges durchgemacht. Alles klar. Äh... Ist das ein Grabmal? Es gehört Amadeus. Was ist denn mit ihm passiert? Was macht das hier? Wo ist Amadeus? Ist er schon weg? Amadeus ist tot. Wer ist da? Ich habe ihn umgebracht. Dieses Grabmal ist der Beweis. Du hast Amadeus umgebracht? So ist es. Ich heiße Moldor. Wie du war ich ein Mann, der Rache an den Geweiten suchte. Du hast also... Aber wie? Hast du eine Waffe, die meinem heiligen Gewehr gleicht? Heiliges Gewehr? Du weißt es nicht. Ich weigere mich, das zu glauben. Es tut nichts zur Sache. Amadeus ist tot. Reicht das nicht? Bitte verzeih, dass ich dir... Dass ich mir deine Beute geschnappt habe. Aber meine Arbeit hier ist getan. Er ist uns wohl zuvor gekommen. Das war's. Meine Rache ist... Wo gehst du hin? Zurück nach Argen. Du kannst machen, was du willst. Zwei Eiskugeln erhalten. Okay. Na toll, aber jetzt darf ich da nicht mehr rein. Super. Das ist doch schon wieder schade. Na gut, dann pflanzen wir jetzt erstmal die Karufeln. Danke. Schön, dass ich begrüßt werde. So. Die Veggie sind einfach nur zuerst, um zu verhörten. Geh das! Oh, jetzt muss ich ernsthaft... Mann. Warte mal, ich hab doch jetzt hier den großen, ne? Genau, so wollte ich das auch. So, dann einmal da. Da. Und da. Gut, 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 gut. Dann müssen wir jetzt ins Höhlenbiom. Weil, da bekommen wir ja dann... Sind sie fertig? Nein, sie sind immer noch nicht fertig. Mann. Die Pfeffaronen sind ja auch noch nicht fertig. Naja. Halt, dann können wir noch was aufsammeln. Silber, Kupfer und so weiter. Und zum Uferbiom. Ja, die Lokokosnüsse sind fertig. Ich bin begeistert. Das ist schön. Dann war das auch erledigt. Und ich glaube, mit den Lokokosnüssen kann ich doch... ...mir Saft herstellen, ne? Aber egal. Brauche ich gerade erstmal nicht. So. Zack, zack, zack. Ja, das sollte passen. Ja. Auch noch zwei Geschenke, Mann. Gluck wird dauern noch. Sprinkler-Level 2 kann ich noch nicht machen. Drei Aufgaben abschließen. Das ist auch erledigt. Sechs Aufgaben. Pfeffaronen dauern noch. Das ist klar. Argenkohl. Rüsselfleisch kommt alles erst so zum Winter. Das Currykraut hätte ich noch holen können. Verdammt. Edenreis auch. Säubere 20 Geschosse von Karanoid. Hä? Bau 60 Beziehung auf. Hier kann ich jetzt noch nicht die Bombe mit 2 Level wieder bauen, ne? Ne. Boah, was war ich denn dafür? Heiliges Holz. Heiliges Holz. Oh mein Gott. Bessertzubereiter. Gewürzmörser. Sprinkler-Level 2. Großer Wasserkern. Erneuerte Luftbügel. Hm. Dann kochen wir mal noch was. Ah. Ein bisschen was kann ich noch kochen. Vier Salate sind in Ordnung. Ah. Du bist müde. Das ist mir bewusst. Deswegen lege ich mich hier jetzt auf Schlafen. Für den nächsten Tag. Och, meine RP steigen ganz langsam. Jetzt lohnt sich das Anbauen von einigen Sachen schon fast gar nicht mehr, ne? Das ist dann natürlich immer ärgerlich. Aber ist Tinas Brief? Hey, ist Tina. Und wir haben noch den Auftrag. Hört mir gerade auf. Kumpoerhöhung für normale Angriffe. Aber da fehlt uns aber echt noch einiges, ne? 1200. 1500. 1800. 1800. Und da. Wir haben es, Tatsache. Oh, wie geil ist das denn? Wir haben das erste auf Stufe 3. Finde ich geil. Aber hier hat sich jetzt noch nichts geändert, ne? Nein. Dann kümmern wir uns ganz kurz um unser Gluckel. Obwohl erstmal den Brief von ist Tina. Ich will zu dem Leben zurückkehren, in dem ich jeden Tag die lachenden Gesichter der Kinder sehe. Jetzt, wo das Kapitel um den Vorfall von Rosny endlich abgeschlossen ist, geht es mir besser, glaube ich. Aber eine Sache wäre da noch. Ich würde gerne mit dir darüber reden. Wenn du das nächste Mal das Waisenhaus besuchst. Ich freue mich schon auf dich. Ist Tina. Ich bin so traurig, dass ich mich von Herrn Coco verabschieden muss. Aber ich bin froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. Wenn auch nur für eine kurze Zeit. Sollte er das Gasthaus je wieder besuchen, werde ich bis dahin die beste Empfangstam aller Zeiten geworden sein. Der wird sich wundern. Also werde ich mich nicht davon unterkriegen lassen. Ich will nicht, dass Herr Coco mich auslacht. Also arbeite ich mit dem Wirt daran, das Gasthaus noch besser zu machen. Ja gut, die Frage ist... Wie lange machst du das, ne? Oh! Meine ersten Eier. Schön. Ich habe meine ersten Eier bekommen. Ist das nicht schön? Dann lagere ich dir doch gleich mal die ersten Eier, hä? Und ich kann auch ernten. Ach, ist das schön. Ach, so viele Sachen zum Ernten. Hallo, little crappies. Hallo, little crappies. Hallo, little crappies. Hallo, little crappies. Oh, haben wir jetzt jeden Tag welche? Und die Kaffeefüllen sind auch fertig. Oh mein Gott. Hallo, little crappies. Oh Mann. Hallo, little crappies. Oh, da kann ich jetzt richtig viel ernten. Hallo, little crappies. Hallo, little crappies. Hallo, little crappies. Oh, weia. Da muss ich jetzt, äh... Aber ist jetzt ein bisschen doof, dass ich so viel gekauft habe. Hallo, little crappies. Muss ich echt gleich rechnen, wie viel ich noch brauche. Oh Mann. Kaffeefüllen dürfte nichts sein. Hüllenbium könnte noch was sein. Nämlich die... Ja. Das heißt, die Pfefferonen habe ich dann auch. Und ich kann wieder zwei Bomben produzieren. Ein Geschenk. Gras, Morgenmeiß. Also das heißt, ich würde jetzt erstmal Gras kaufen, dass ich das erstmal vollkriege. Okay. Ein Ei im Gehege sammeln. Schatola eine Quest abschließen. Nitro Ananas. Pfefferon echt. Mir fehlen immer noch... Mh. Okay, also eine Quest in... Schatola. Gokola. Bau 500 Mal ab. Und sammle 500 Mal. Na gut, das 500 Mal abbauen und so weiter. Das sollte ja nicht das Ding sein, ne? Was mache ich da eigentlich gerade? Bin ich eigentlich gerade komplett behämmert? Wo ist es? Da, die Kapufeln. Da würde ich die normalen nehmen. Ah. Habe ich schon irgendwas noch? Na, da macht es eigentlich gar keinen großen Unterschied. Ja, komm, die können wir auch noch verkaufen, dass ich ein bisschen Geld hier mache. Aber es ist schon mal schön, dass ich da was habe. Ich meine, schlussendlich, es bringt mir Geld, aber halt, ja. Was ich auch schon zum Anfang des Let's Plays gesagt habe, als ich das hier gesehen hatte, leider nicht genügend. Ähm. So. 13 Stück. Das heißt also, Kapufeln muss ich mir eh nochmal welche holen. Muss nur gleich gucken, wie viele. Beziehungsweise, ich wollte ja Gras holen. 6, 7, 8, 9, 10. 19. 19 Stück brauche ich. Okay. 19 Stück, das wir alles immer einsammeln. Man weiß ja nicht, wofür man es braucht, ne? Oh, die Kapufeln habe ich aus Argen, ne? Wobei ich da auch sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich die 19 Stück überhaupt komplett brauche. Aber jetzt erstmal das Gras, damit ich das ganze Ding immer vollkriege. Ah, komm, wir nehmen ein bisschen mehr. Ah. Morgenmeis, da kommt noch. Swirbeln. Die könnten auch noch funktionieren. Ja, das wird halt alles echt knapp, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ja, die Königsauberginen, das wären die, die mir jetzt echt noch derbe fehlen. Currykraut, sechs Tage. Ich glaube, so viele Tage habe ich gar nicht mehr. Ich nehme mal ein bisschen Milch mit. Ich glaube, Milch ist so das, was ich gar nicht habe, womit ich eigentlich endlich mal kochen könnte. Ein Ei habe ich, ich habe Mehl. Aber die Milch habe ich nie bedacht. Ich gehe mal kurz zu schmieden. Ich weiß nicht, ob ich meine Waffe verbessern muss. Shrika ist Tina. Ich glaube, ich würde erst mal die anderen alle verbessern. Aber mit Aria kann ich doch gar nicht spielen als Partnerin, oder? Cheers! Ich weiß jetzt nicht, ob das gezählt hat, äh, für meine Waffe verbessern. Ich habe die jetzt einfach mal verbessert, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich Aria... Kann ich mit Aria kämpfen? Nein. Wäre mir neu. Ah, wir gucken einfach mal, ob es gezählt. Doch, das zählt. Verstärke deine Waffe. In dem Meer muss ich noch eine abschließen. Repariere 20 Leitern. Na gut, das wird jetzt ein bisschen schwer innerhalb der kurzen Zeit, aber... Reparaturs jetzt habe ich ja noch... Oder? Sechs Stück. Bomben habe ich noch drei Stück. Zwei Bomben herstellen. Ich brauche sie ja. Deswegen muss ich das ja machen. Ein Reparaturset kann ich auch nochmal zwei herstellen. Oh, da geht so viel Zeit drauf. Das habe ich jetzt wieder sau viel Zeit gekostet. Warte mal, Herstellung war aber jetzt noch nicht dazwischen, ne? Das war, glaube ich, hier, wenn. Ne, wo war denn das mit der Reparatur? Wo war denn das mit dem Kochen? Angle 50 Mal. Ach, 120 Mal. Das war hier. Fischeltrauben. Fehlt mir noch einmal. Okay. Gut, dann werde ich jetzt entsprechend alles einmal einpflanzen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin es jedenfalls. Ich sage dann danke. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Untertitelung. BR 2018